und damit halli hallo und herzlich willkommen hier auf pnv simulation ich bin zu der bio und begrüße euch ganz herzlich hier zu der nächsten ausgabe hier unserer news wir haben heute einiges in petto deswegen würde ich sagen wir starten direkt durch der anfang macht jetzt mal direkt der fernbus simulator denn dort gibt es ein weiteres update update 25 die beta ist ab sofort verfügbar ein neues beta update ist ab sofort verfügbar version 25 bringt euch so einige neuerungen das spiel wurde für fanatic hardware optimiert es gibt nun eine unterstützung für tobi eye tracker und ein brandneuer shuttle modus ist verfügbar zusätzlich wurden noch so einige kleinere und auch größere fehler korrigiert alles nachzulesen in unserem changelog ein kleiner fehler ist uns bereits bekannt und wird auch im changelog erwähnt so sind wir jetzt in der version 1 25 31989 und wie gesagt die fanatic geräte werden jetzt oder werden jetzt die supporte sie funktionieren jetzt der tobi eye tracker ist mit dabei und dann gibt es natürlich noch für einzelne dlcs auch noch mal kleinere updates hier unter anderem der dlc man lions in the city da wurden jetzt die spiegel die der hektür funktioniert nicht sollten jetzt behoben worden sein vom dlc luxemburg der name der stadt ist jetzt nun noch einmal in der liste des routen editors zu finden grafische fehler korrigiert das ganze ist auch im dlc frankreich in dlc schweiz und österreich ist das ganze auch noch mal zusätzlich noch die straßenbeleuchtung in innsbruck wurde korrigiert und ja der dlc fußballmannschaftsbus der hat jetzt eine polnische lokalisation bekommen und ist aber noch nicht zu 100 prozent abgeschlossen das alles packe ich euch unten in die videobeschreibung rein könnt ihr gerne mal vorbeischauen sie haben bald die möglichkeit die steuerung eines eisenbahnklassikers big apple zu übernehmen mit dem m3 elektro mehrfach einheit emu der long island railroad für trains im world der kommende tsw liere m3 ist eine hervorragende nachbildung der von budd gebauten elektrik und bietet genauer details vollständige interaktive und realistische steuerung sowie eine naturgetreue leistung und sie haben die möglichkeit die elektrik in einer vielzahl interessante szenarien und zeitgesteuerten dienste auf herz und nieren zu prüfen das ganze ist jetzt bereits auf steam schon erhältlich ihr könnt das ganze euch schon auf der wunschliste packen ihr braucht aber dementsprechend natürlich noch die strecke dafür damit dieses fahrzeug dieses diesen zug natürlich dementsprechend noch benutzen könnt gehen wir zu lotus lotus hat natürlich auch ein bisschen was wir haben hier bei diesem projekt wollen wir die in den 1960ern beschafften düwack zwei richtungs acht achse aus bonn nachbilden dabei greifen wir fast vollständig auf archivmaterial zurück da alle bis auf einen der verbliebenen wagen 1994 nach so viel abgegeben wurden weiteres zur geschichte gibt es unten im spoiler da könnt ihr euch das ganze normal direkt noch mal nachlesen und ich packe euch unten sogar noch ein video mit rein dort wird nämlich der gt 8z direkt vorgestellt wenn ihr euch dafür interessiert könnt ihr da gerne mal vorbeischauen und euch das video einfach mal anschauen ein neues lotus update ist erschienen und nein hier kann ich sagen nein nein es ist nicht das dabei was ihr erwartet in dem update 1 ea 065 gibt es mir einerlei aber nicht das worauf ihr wie gesagt so sehnlichst lange wartet in der simulation wurde einiges getan inter sims chat wird nun beim laden der simulation ausgeblendet texturen wenn nicht mehr entladen wenn lotus minimiert wird mit strg shift alt und er können verschiedene wireframe modi durchgeschaltet werden neuer standard lade screen es gibt ein bug fix fehlerhafte spawn position von traktion auf rückwärts entry points im multiplayer momentan werden mitspieler auf entfernung ausgeblendet und erst bei gegenseitiger annäherung eingeblendet dabei kam es dann zurück landen es gibt jetzt ein disconnect symbol eine ursache von massiven synchronisationsproblemen behoben weitere probleme sind wahrscheinlich noch zu finden ein weiterer bug fix hier unter anderem multiplayer spieler bus zittert nicht mehr keine zahlen mehr hinter doppelt vorkommenden namen entry point auswahl wenn man zur fahrzeugkonfiguration nach joint und so weiter und so fort im content tool gibt es hier sounds können objekt und vehikel tools getestet werden sounds können eine andere fade in verzögerung als fade out verzögerung bekommen und sounds können so eingestellt werden dass ihre steuerungsvariable erst dann auf null zurückgesetzt wird wenn der sound fertig abgespielt wurde weiteren und content tool gibt es beim import von unabhängigen sounds kann das tool nun auch den anfang der dateiname als content sub id verwenden des weiteren das script text festen dein das script test fenster hat jetzt oben ein filter möglichkeit für variablen wir haben weiterhin eine skript initialisierung nach laden von objekten repariert im open source verzeichnet befindet sich ab sofort die aistdk pass welche das standard script für ki autos darstellt ist leider im gt6n verzeichnis gelandet und natürlich wurde mal wieder die fis von steven geupdatet die brauchst du schon gefühlt stunden bis sie öffnet aber sie wurde geupdatet könnt ihr gerne mal wie gesagt nachlesen ich packe euch das gerne die ganzen link unten natürlich selbstverständlich in die video beschreibung mit rein wir gehen weiter zum omsi denn hier hat sich bröckladbeck zurück gemeldet und hier wird gefragt interesse an einer rhein kirmes linie hallo zusammen irgendwann ist ja dann mal wieder die rhein kirmes zu diesem anlass verkehren die 835 836 buslinien ja grundsätzlich im verstärkten takt aber auch gerade für die leute die von weiter her kommen nutzen den parkplatz 2 an der messe mit den im park preis integrierten kostenfreien shuttle service der rheinbahn von der messe düsseldorf zu kirmes wir könnten uns vorstellen diese linie zu integrieren jedoch mit einem etwas fiktiven linienverlauf gelbe linie und wir könnten uns vorstellen das dann noch mit einzubauen grundsätzlich wäre die buslinie mit ausnahme der gelben linien wegs dann aber tatsächlich realistisch und man bekommt noch den isprix arena und das messe gelände dazu was würdet ihr davon halten schreibt sie gerne mal in die kommentare oder direkt auch bei bröckladbeck auf facebook da könnt ihr euch das natürlich da auch noch mal ganz kurz durchlesen und vielleicht in dort direkt antworten glaube die würde sich da sehr sehr drüber freuen neues aus alheim schon mal aufgefallen dass der alheimer hauptbahnhof recht wenig parkplätze hat dem komme ich entgegen und bau den südlichen teil mit parkhäusern und in stadtbereich eine neue linie wird es geben die stadtlinie 9 von der marktkirche zum stadtpark nein nicht den stadtgarten die bilder sind vip und der bereich ist privat gebaut manche objekte sind zum testen platziert bus ist hier der münchen lc soweit so gut wenn es hier neuigkeiten gibt wenn wir euch dementsprechend natürlich auf dem laufenden halten zum start der neuen website von ormsi 2 bvg fahrzeuge und co gibt es oder gab es einige kleine donuts die man ja sich kostenfrei runterladen kann unter anderem diesen download mod die jetzt herunterladen könnt die fahrgäste dürfen nun noch mit mundschutz rein diese fahrgäste sind aus dem hauptspiel werden aber nicht überschrieben also falls ihr noch nicht genug habt von corona dann könnt ihr euch die mod dort kostenlos runterladen und das ganze selbst mal testen trends und stories ja ist wie ein neues dlc wird es jetzt auf der gbe webseite für den trend simulator 2020 erhältlich ist transit stories volume 2 ist mit der br245 auf der marschbahn im deutsche bahn und im schleswig holstein design verfügbar sind fessende aufgaben mit passenden rollmaterial aus dem alltag des lockführers volume 2 die br245 auf der marschbahn im db und schleswig holstein design erfülle deine aufgaben als lockführer auf der br245 das ganze kostet um die 15 euro könnt ihr euch wie gesagt auf der seite von gbe selbstverständlich kaufen ihr benötigt aber noch separat natürlich noch die dlcs dazu unter anderem natürlich die marschbahn ohne der strecke kommt ihr ja mit transit stories volume 2 nicht so wirklich weit eine kleine ankündigung gibt es hier zum bus nominator und bus nominator 18 für pc und den konsolen von sonntag den 26 4 20 20 20 uhr bis montag den 27 4 20 20 8 uhr wenn einige dringende wartungsarbeiten an dem multiplayer safe game server für den bus nominator 18 für pc sowie den bus nominator für ps4 und xbox one durchgeführt innerhalb der genannten zeitfenster kann er also sein dass die server nicht erreichbar sind und es somit zu problemen mit dem nahen speichern von multiplayer spielständen kommen kann wir bitten um verständnis und wünschen euch weiterhin viel spaß beim spielen so die aussage auf facebook gehen wir wieder zurück so haben sie denn hier gab es natürlich jetzt auch ein großes update für die karte bremen über zwei jahre sind seit der veröffentlichung dass um sie zwei ändern bremens nord vergangen und es wurden bisher mit zahlreichen updates und ergänzungen unterstützt so auch dieses auch diese woche wo mit der version 203 wieder ein größeres update online geschaltet wurde neben einiger kleineren anpassungen eher optisch gibt es einen weiteren content auf der strecke die linie 677 kehrt zurück nach bremen nord sie ist die letzte linie die im geplanten streckennetz gefehlt hat sie findet ihren einsatz auf der karte bremen nord 2010 bis 2016 und auf der bremen karte bremen nord modern karte in beiden versionen verkehrt die linie 677 zwischen bekedorf nach bahnhof wegesack und zu bestimmten zeiten weiter bis zur taunusstraße der bereich bekedorf wird in den nächsten wochen noch um reale gebäude ergänzt die fotoaufnahmen gestalten sich aktuell etwas schwierig dennoch ist das neue update vollständig spielbar auch ohne neue gebäude in dem bereich bekedorf die erinnerung nachfolgend im überblick gibt es hier eine ganze platte was hier noch mal verändert worden ist den link packe ich euch selbstverständlich unten mit rein aber auch auf der seite von harley können könnt ihr euch das ganze da dementsprechend mal komplett durchlesen auch gibt es mal wieder neues von dem bus mechanik simulator denn hier gibt es jetzt ein offizielles release datum der 14. mai 2020 ist den stichtag für den reparaturbus simulator mechanik simulator da könnt ihr euch dann ansetzen und könnt dann an busse tüfteln könnt ihr reparieren also das was die leute in bbs kaputt machen müsst ihr denn hier in diesem spiel dann wieder heile heile machen und ob das ganze gut wird wenn wir uns am 14. mai denke ich mal direkt mal anschauen ich ahne was aber wir lassen uns am besten überraschen was das ganze noch mit sich bringt und zu guter letzt gibt es noch den flight simulator 2020 denn hier gab es natürlich auch was und zwar wurden jetzt hier die pc details jetzt bekannt gegeben schafft euer computer das oder schafft der computer das nicht da könnt ihr jetzt hier diese liste natürlich abarbeiten es gibt einmal eine amd liste und einmal eine nvidia liste also je nach system welches ihr habt könnt ihr das dementsprechend ja anschauen und ja die mindestanforderungen für nvidia ist ein intel i5 mit einer nvidia gtx 770 2 gb vram 8 gb ram und eine 150 gb festplatte und bei dem höchsten haben wir hier ein intel i7 9800 eine nvidia rtx 20 80 8 gb vram 32 gb ram und eine 150 gb ssd platte zu dem braucht ihr natürlich noch ordentliches internet denn hier wird 50 mbit pro sekunde verlangt und das könnte glaube ich hier gerade doch so ein bisschen ja interessant werden ob das ganze dementsprechend umgesetzt werden kann ja aber wir sind bei fünf mb sind wir schon gut dabei aber wie seht ihr das reicht eure leistung aus um den flight simulator in höchster einstellung spielen zu können dann nutzt die kommentarfunktion schreibt unten mit rein mich für das ganze mal brennend interessieren und damit kommen wir zum ende der news wahnsinn das waren doch ein paar themen die wir hier noch mal zum absprechen hatten wenn euch das ganze gefallen hat lasten leichter schreibt sie in die kommentare und sonst ja wenn ihr mehr sehen wollt unbedingt ein abo da lassen vergessen nicht die glocke zu drücken und ich verabschiede mich hier bedanke mich wünsche euch noch ein schönes rest wochenende und wir sehen sind natürlich wieder zum nächsten sonntag hier zu den öpnv news wieder ich verabschiede mich bedanke mich sagen tschüss bis zum nächsten mal und